Yo Leute, Peace! Ich bin Maurice. Willkommen zu einem neuen YouTube Video auf meinem Kanal. Heute befinde ich mich hier in Martini und gehe auf Chamonix. Chamonix befindet sich in Frankreich und der Moblo befindet sich in Chamonix. Deswegen heisst der Express auch Moblo Express. Danke an die Person, die gerade so durchgerufen ist. Ich habe einen sehr schönen Sensierim im Nachhinein. Dann geht's mir los! Juhui! Hier! Los geht's! Zudem ist endlich eine solche Sache. Gut! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Willkommen in Valosin. Bis dahin ist das Generalabonnement der SBW gültig. Und ab hier muss man umsteigen in den Montblanc-Express nach Chamonix. Und das kommt bald einmal. Ab hier geht es jetzt weiter nach Chamonix. Mit dem Zug. Moderner als der anderen. Aber das macht ja nichts. Hauptsache man ist am Ende von der Agenst Chamonix. Dort wo man hin will. Wir sind in Buet. Wir sind in Buet. Wir treffen in Le Buet ein. Willkommen in Chamonix. Mit dem Zug da bin ich von Valosin nach Chamonix gereist. Let's go! Gut, ich gehe mal in die Stadt. Was ist in My Head? In My Head? In My Head? Musik So, jetzt probieren wir etwas, was es nur in Frankreich gibt. Weil der Laden nur in Frankreich existiert. Auf jeden Fall probieren wir es mal. So, schön eingepackt. Mh, schön. Schaut mal an. Schön, oder? Schön. Lecker. Nice. Mh. Die Burger, die ist fein. Das war's von diesem Video. Wir waren heute in Chamonix. Und haben unter anderem auch einen Teil des Moblo gesehen. Das war's von diesem Video. Auf euch hätte es gefallen. Wenn's der Fall gewesen ist, dann gebt mir gerne ein Like. Und kommentiert das Video. Abonniert mich gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. 70% von euch schaut die Videos hier. Aber habt noch nicht abonniert? Ihr seid Schlitzohren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Peace. Bis zum nächsten Mal.